Hallöchen, hallo und herzlich willkommen wieder zur Kallis Schatzsuchenjagd. Ja, also, wir werden heute in Strosmankai die Karten suchen. Zwei Stück sind vorhanden. Es ist auch gar nicht so schwer tatsächlich. Also man portet sich am besten hier unten zum Heilighafen. Ja, ihr seht, ich habe mich da schon hingeportet. Und ja, läuft gerade noch ab. Ist aber kein Problem. Wir müssen genau an diese Ecke hier drüben, an den Teil da, dort finden wir die erste Karte. Woher weiß ich das so genau? Weil ich da schon öfters hingerannt bin. Manchmal merkt man sich dann auch die Plätze. Also wir werden auf jeden Fall dort hin müssen. Dort finden wir die erste, äh, die zweite, nee, die erste Karte. Die zweite Karte ist nämlich woanders, so. Und finden dort den Schatz. Einmal hier rum. Hier durch. Haben wir ja nichts. Oh, 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 die Kiste müssen wir natürlich mitnehmen. Das, äh, so viel Zeit muss sein. Ich habe heute wirklich einen guten Lauf, was die Kisten angeht. Also alter Schwede. Wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich. So ist es nicht. Also, na, komm schon. Jetzt runter mit dir. Na, das war zu gut. Jetzt. Jetzt aber. Okay. Nu aber. Also, einmal hier rum um die Ecke. Und da ist der Erdhaufen. Also eigentlich ziemlich einfach zu finden. Der andere Part, da werden wir hinreiten tatsächlich. Also nicht, äh, zu Fuß laufen, sondern hinreiten. Nochmal, um das zu kurz zu zeigen. Und da an der Ecke, na, findet ihr das. Dann einmal rüber. Da wir sowieso vom Mount abgesattelt werden, wenn wir hier durchschwimmen. So. Wie gesagt, hier reiten wir dann einfach mal zum Weg. Dann einmal rum. So. Und folgen dem Weg bis zu dem, zur zwei, also fast zur zweiten Karte. Beziehungsweise, oh, da muss ich einmal ganz kurz den Stopp machen. Moment. Das nehmen wir natürlich gerne mit. So. Solche Dinge kann man einfach nicht stehen lassen. Das geht gar nicht. Auch wenn die Ressourcen schon sehr verführerisch sind. Also. Hier müssen wir durch. Da einmal rum. Hier gibt es auch ab und zu noch eine Truhe. Muss man hier immer so zwischendurch schauen. Aber hier durch. Da lang. Wir sind hier auch schon am Punkt angekommen. Dann hier rum. Da. Da. Und hier ist er. Da hat er sich versteckt. Ich muss gestehen. Hier bin ich ganz zu Anfang immer sehr oft im Kreis rumgerannt und habe diesen blöden Schatz gesucht. Aber mittlerweile, wenn man öfters hier war, dann kennt man es aus. Also, wenn ihr das sucht, das ist genau hier an diesem Punkt, wo diese Erhebung ist. Genau da findet ihr das. Und dort könnt ihr dann euren Schatz abholen. Das war dann die zweite Karte. So. Ich hoffe, es konnte helfen. Ich hoffe, es hat auch für den kurzen Moment, für die paar Minuten Spaß gemacht, dazuzuhören. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Also, bis dann. Tschüss.